Zu mir geschaltet ist jetzt Thomas Lohninger. Er ist Datenschutzexperte und Netzaktivist bei der NGO Epicenter Works. Hallo Herr Lohninger. Sie haben sich in der Vergangenheit bereits kritisch gegenüber solchen digitalen Nachweisen geäußert. Was spricht denn Ihrer Meinung nach dagegen? Also was schafft so ein elektronischer Covid-Pass? Im Grunde wird es viel einfacher, den eigenen Covid-Status nachzuweisen und demzufolge auch zu unterscheiden zwischen Menschen. Und da reden wir nicht mehr nur von den Anwendungsbereichen, wo heute ja der gelbe Impfpass der WHO ausreicht, nämlich bei Grenzübertritten und wenn man einen speziellen Beruf annimmt, sondern hier geht es wahrscheinlich auch um den Friseurbesuch, den Restaurantbesuch, die Sportveranstaltungen. Und grundsätzlich gibt es da viel moralisch und ethisch und rechtlich zu bedenken. Die Debatte mit der fangen wir jetzt gerade erst an. Und auf technischer Ebene sind wir halt vor allem die österreichische Lösung als Sackgasse. Österreich hat als Tourismusland natürlich großes Interesse daran, dass das Reisen wieder möglich wird und auch dazu soll der grüne Pass hier dienen. Erleichtert der die Administration nicht ungemein, wenn man die Grenzen übertreten möchte? Leider eben nicht. Das, was Österreich hier im April plant, ist wirklich eine Insellösung, weil wir nicht kompatibel sind zu dem Modell, was die EU diese Woche vorgestellt hat. Und das ist nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch in der Handhabung. Wir müssen alle umlernen, sobald das EU-System kommt. Und das, was wir hier in Österreich gebaut haben, wir bekamen das letzte Woche vom Gesundheitsministerium präsentiert. Und da muss ich dem Minister widersprechen. Also es war die einhellige Meinung von Datenschutzexperten in der Runde, dass das nicht datenschutzkonform ist. Und das kann ich Ihnen auch noch mal sagen, es ist nicht fälschungssicher. Es ist enorm leicht, sollte dieses System in Österreich so kommen, Test oder Impfnachweise sich selbst auszustellen. Diese Probleme hätten wir nicht, wenn wir bis Juni auf die EU warten würden. Das heißt, Österreich sollte auf die EU warten. Aber vertrauen Sie dem europäischen Modell uneingeschränkt? Uneingeschränkt vertrauen wir nie etwas. Aber das, was wir am Mittwoch präsentiert bekommen haben und auch die technischen Dokumente, die uns bis dato vorliegen, ist um Dimensionen besser als das, was Österreich im Moment entwickelt hat. Das ist genau das saubere System, das wir uns gewünschen hätten, für das wir auch schon seit zwei, drei Wochen getrommelt haben. Und es ist auch naheliegend, dass man hier einfach Zertifikate offline überprüft. Was Österreich macht ist, der QR-Code ist nur eine URL auf einer Webseite, wo dann steht, ob ich jetzt positiv oder negativ mit einem letzten Testergebnis bin. Also hier reden wir wirklich von zwei ganz unterschiedlichen Ansätzen. Das eine ist sicher und zukunftsweisend, das andere ist ein Schnellschuss. Sprechen wir noch über den E-Impfpass. Den soll es ja zusätzlich geben und darin werden alle Impfungen festgehalten, die ein Mensch erhalten hat. Der grüne Pass wird dann auf die Daten des E-Impfpasses zugreifen können. Warum macht man da nicht gleich ein Dokument für alles? Ich glaube, das ist auch geplant. Also dieser Covid-Pass, der elektronische Nachweis, der soll eben Testungen, Genesungen und Impfungen in ein System packen. Und dann habe ich einen QR-Code, der das jeweilige halt eben dann ausdrückt. Und das Grundproblem beim elektronischen Impfpass ist aber schon, in Österreich haben wir das jetzt ja in der Pandemie etabliert, die rechtliche Grundlage im Eilverfahren geschaffen. Und das, obwohl es in der Begutachtung auch wiederum sehr viel Kritik von Datenschützern und der Arbeiterkammer zum Beispiel gab. Es wäre sinnvoll gewesen, hier wie bei Elga einen Opt-in zu machen, dass Menschen zumindest einen Opt-out haben, eben sozusagen können, sie wollen da nicht dabei sein. Und wenn es verpflichtend für alle sein muss, dann zumindest eingeschränkt auf Impfungen gegen fremdgefährdende Krankheiten. Im Moment ist auch jede Zeckenimpfung in diesem elektronischen Impfpass gespeichert und man kann sich als Privatperson dagegen nicht wehren. Wie stehen Sie denn prinzipiell dazu, dass die Gesellschaft nach den Plänen der Regierung und auch der EU jetzt gewissermaßen gespaltet wird in jene, die geimpft sind und ihre Grundrechte zurückbekommen und jene, die nicht geimpft sind und weniger Freiheiten haben werden? Das ist eine wirklich wichtige Frage, die Sie da gerade stellen, wo ich auch sagen muss, dass ich beide Seiten sehr gut verstehen kann. Ich kann sehr gut verstehen, wieso man meint, wir sollten hier solidarisch sein und uns auf eine schnelle Impfung konzentrieren. Ich kann aber auch jene verstehen, die sagen, wenn von mir keine Gefahr mehr für andere ausgeht, dann darf ich auch in meinen Grundrechten vom Staat nicht mehr beschränkt werden. Das ist eine Debatte mit enormer Sprengkraft und ich glaube, egal wie sie ausgeht, der Zeitpunkt, wo die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist und die andere Hälfte nicht, der wird durch so ein System, das ist halt der Brandbeschleuniger der gesellschaftlichen Spaltung. Wir sollten uns das wirklich gut überlegen, ob wir das haben wollen. Wäre es Ihrer Meinung nach vertretbar, solche Nachweise einzuführen, wenn noch gar nicht mal alle Menschen überhaupt die Gelegenheit bekommen haben, sich impfen zu lassen? Natürlich. Also es ist ganz klar nochmal extra eine härtere Unterscheidung, wenn die Impfung noch gar nicht in der Breite der Bevölkerung verfügbar ist. Und man kann sogar nochmal weitergehen und sagen, im Moment ist mit der Impfung ja nur ein gesundheitlicher Vorteil verbunden. Wenn man dann aber auch andere Vorteile hat, wie Reisefreiheit, wie die Freiheit soziales Leben, Kultur wieder in Anspruch nehmen zu können, müssen wir unsere Gedanken um die impfreien Folge machen. Ob die wirklich stimmt? Also ich glaube, dass wir wirklich ganz neue Probleme schaffen und ich habe leider nicht den Eindruck, dass wir im Moment schon ausreichend diese Debatte führen. Das sieht man auch an den Gesetzen, die die Grundlage für dieses System sind. Die wurden nämlich alle im Eilverfahren beschlossen, als Änderung im Ausschuss zu einem Initiativantrag, ohne einer Begutachtung. Und man hat sich ja bisher nicht getraut, anders als die EU, öffentlich proaktiv zu kommunizieren, was die eigentlichen Pläne sind. Und das muss man der Regierung sicherlich vorhalten, dass sie hier nicht transparent ist. Thomas Lohninger, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank.